Hier kommen nun die Ernährungstipps, die dir zu einem gesunden Schlaf verhelfen und du energievoll in den Tag danach startest. Tipp 1, lass mindestens 2-3 Stunden Platz zwischen deiner letzten Mahlzeit und dem Schlafen gehen. So hat dein Körper noch ausreichend Zeit, um das Ganze zu verdauen. Tipp 2, wähle abends leicht verdauliche Lebensmittel wie schonend gegartes und fettarmes. So nimmst du deinem Körper eine Menge Arbeit ab. Tipp 3, eine ausreichende Magnesiumversorgung sorgt für Muskelentspannung im Körper und bewirkt somit, dass wir besser zur Ruhe kommen. Gute Magnesiumquellen sind zum Beispiel Vollkornprodukte wie Vollkornbrot oder Vollkornpasta oder auch Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Kichererzen. Weitere gute Magnesiumlieferanten sind darüber hinaus auch Nüsse, Kerne und Samen wie zum Beispiel Mandeln, Sonnenblumenkerne, Leinsamen oder auch Sesam. Diese kannst du sehr gut über das Müsli oder auch über ein anderes Gericht deiner Wahl geben.